Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Ja, in der letzten Folge haben wir uns eine kleine Schießerei geliefert, die wir nicht so ganz glimpflich überstanden haben. Das heißt, wir werden diese Mission auch nochmal spielen. Ich glaube, das ist dadurch, dass es die einzige auf dem ganzen... Auf der Map ist das Erste, wenn wir jetzt erstmal machen, das wäre jetzt... Ja, ja, gut. Das wäre jetzt erstmal ein bisschen was an Waffen und dann müssen wir jetzt quasi die Strecke nochmal neu fahren, zum Eben. Das werden wir jetzt auch tun. Oh Gott, oh Gott, Hilfe. Wir müssen aber vorher noch zum Waffenladen. Ich brauche unter anderem, weil wir jetzt nochmal... Vielleicht müssen wir so eine Automatik verlachen auch noch. Äh, gut mal den, ähm, den, 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 den Dingswerfer. Oh ja, ich habe meinen Ziller erreicht. Sehr schön. Ich hätte gerne. So, rein mit uns. Ja, ja, halt den Stöß. Wir haben 4000 Dollar. Ich habe das jetzt. Äh, nein. Die werde ich nicht kaufen. Ich will keine Schrotz, wenn ich... Warte, ich werde mir zumindest erstmal die Dings holen. So eine Schauschützengewehre. Das... Falls... Der Kollege nicht irgendwie was... Geld? Ja, ja, bald verfügbar. Was haben wir denn hier? Äh... Ach, zu teuer. Manche sind... Die sind einfach zu... Äh... Nice choice. Klassik, reliable and attractive to the eye. Ach, halt die Schnüsse. Ich würde gerne mal die Waffen durch... Nein, die brauchen wir nicht. Bis hole. Jetzt haben wir mal eine Automatikwaffe und jetzt brauche ich es von... Die hier eigentlich noch... Ja... Okay, meine Kugelsicheröse ist im perfekten Zustand. Sehr schön. Jetzt kann ich mir natürlich auch noch die Schrotfläte hier holen. Ich glaube, die noch leisten kann. Ich glaube, die sind aber schon zu teuer. Also wir brauchen dringend Kohle. Ja, ja. Zweite Waffe. Würde ich auch noch dir in die Nähe holen? Ja. Schrotfläte gekauft. So, jetzt haben wir noch 33 Dollar. Damit kriegen wir nicht viel raus. Egal. Äh, da geht's raus. Ähm... Ja, als nächstes fahren wir oben zu dem E. Das wird natürlich jetzt etwas länger dauern. Zu Elisabetta. Ich hätte aber gerne eine Kilometeranzahl. Das heißt, es ist ein ordentliches Stück bis da hoch. Ja, es sind ja einige Fails gewesen. Hey, wo ist das? Na, geht's! Naja, gut. Das Radio habe ich jetzt leise gemacht. Das ist wieder ausgepackt. Und... ...wohl eigentlich... ...dürfte ich sogar anmachen können. Weil, äh... Gema hat sich ja jetzt mit YouTube geeinigt. Äh... Da war ich ehrlich. Äh... Okay, Mals, ich habe mit YouTube jetzt geeinigt, dass es jetzt keine gesperrten Videos mehr gibt. Wenn da muss ich nicht verlösen oder so vieles gehen und alles überladen. Wie sieht es einfach mal mit dieser Folge hier aus, was funktioniert? Warum... Ich klinge jetzt mein Handy. Ich klinge jetzt mein Handy. Alpha Sekunde. Äh... Ich klinge jetzt... Ich klinge jetzt... Ich klinge jetzt... Ich klinge jetzt... Ich klinge jetzt noch mal woanders angeguckt, wie es ungefähr funktionieren könnte. Damit wir jetzt nicht noch ewig, schon drei Tage an dieser Folge sitzen, habe ich mal kurz geguckt, wie es einfach auf dem Punkt weg ist. Ich weiß jetzt grob, wie es funktionieren kann und warum fliegt auch ein Elie-Kopper, wie verrückt ist die Gegend. Ich kann natürlich auch nie in der Liste auf eine gute Bude parken. Vielleicht auch Mama. Aber im Gegensatz zu den neueren GTA teils. Für die GTA und Sony fahren jetzt mit uns bei Polizisten rum. Ähm... Ich glaube, ich habe jetzt wirklich mal mit mehreren Elies gemeint. Ich bin die Stadt gefahren wie verrückt. Ich bin irre. Obwohl... Ein... Einzigartig. Gut. Wir gehen jetzt über die City Rock. Wie sich das so... Wie sich das so gehören? Nee. Ah... Ähm... Ich weiß jetzt noch nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch ein Taxi gehen, aber... Hört sich doch zu einem War-Kappen. Mit dem Motorrad haben wir überhaupt noch ein Beigang zu kommen. Deswegen wird auch... Wollen vielleicht ein bisschen was länger. Ich kann auch nicht besprechen, wie lange. Na ja. Na ja. Oh... Shit. Penner Junge Ich soll den Kollegen aber ich muss hier durch Wir sind schon da, wir sind schon zu weit gefahren So So Eigentlich würde ich gern jetzt Ja Ich glaube wir sind einfach um die Wir sind zwar aus rumgefahren Alles klar, damit fangen wir noch weiter und runter Oh Mission Bayers Market Mein Gott, auf ein neues M-B-B-E Das ist auf der 3rd floor Drei die Heat? Wenn es nicht da ist Ich habe ein neues Mann mit dir He ist aus Europa Die Heat kommen von Charlie Use das Lothar-Moderfucker zu hell Aber wenn es er Dann 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 Ich brauche einen großen Pfeil von Heroin. Ich gehe nicht nah an diesen Sachen. Perfessionell. Aber ich habe einen Bewerb. Wir sind nervös. Willst du übersehen den Deal und checken alles, was es geht? Sicher. Danke. Ich muss die Sachen abholen. Also, wir sehen uns da. Bye. Machen wir das dann auch direkt. Okay, Moment. Ich hätte da oben auch gemusst. Ja, ich habe es heute. Gut. Wir wollen uns weinen. Wir wollen uns das Paket. Wollen wir nicht lang? Ja, aber nicht lang. So. Jetzt fängt es auch noch an den Regnen. Jetzt fängt es auch noch an den Regnen. Ja, das ist doch so. Freilich sehe ich da noch nichts. Äh. Warum habe ich jetzt Kopfhörterbacke? Wollen wir jetzt um die Linksfunk gefahren bin oder was? Wollen wir vielleicht doch nicht. Action figures are back. Wenn du ein Hartstuffer-Kate's-Meal und ein 84 on Sprunk, pick up one of these cool action figures for only $9.99. Each action figure has 20 different sayings. There's Butch. Story is fun. Play with Danny's gun. The commander. The commander. Four, that can't be trusted. I didn't. Rage is for fucking queer. Each Republican Space Ranger action figure comes ready to fight terrorism, attack on the government region and protect your freedom with a gun in one hand and a six pack in the other. And all new. It's the Republican Space Rangers shower scene. Play set. The commander. The commander. The commander. Watch the Republican Space Rangers only on Weasel. And collect all the action figures only at Burger Shot. Burger Shot. Die Irish smile on your face. Weasel. Entertainment and murder together again. Jaguar in September. I wonder if they fell over them ... ... or if how they carried the guns at each day ... Or they exploded them. It's like that. And make sure they'll tell me for two rival Biker gangs, The Angels Of Death and The Lost, it's claimed another victim. The body of Jason Michaels, a member of the already chapter of The Lost, was found in Broker And lets die Chief of the Weasel was a victim of a gang hit. The Dark Krim ... It'll still take too long ... Stop. Ah, ich hab doch mal eine Arfe. Ja, ich wollte eigentlich dein Auto nicht klauen, sondern... Ich wollte eigentlich nicht dein Auto klauen, sondern eigentlich, äh... Ja, gut, du nehmen. Aber gut, mach's schon. Ja, es dauert jetzt ein bisschen zu lange jetzt gerade. Ja, Hilfe. Dann fahren wir diesmal richtig, bezahlen wir dann auch diese tolle Scheißfahrtraum. Oh, das passt so. Wir sorgen, um das Paket zu vergriden, immer noch ab und sind immer noch unterwegs da hin. Uiuiuiui. Hier müssen wir, glaube ich, jetzt schon gleich da sein. Hier ist doch nur recht. Da ist er schon. Ich glaube, deine Semites sind gut an... ...slippchen aus dem D. Äh, nicht wahr, Johnny? Ich habe dich nicht, weil Liz Taurus und jeder 2-Bit-Hustler auf der Straße würde dich für die kleine Scheiße, die du bist! Robb' dich blind! Gib mir diese Scheiße. See you around, big guy! ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nur ein armenloser Taxifahrer. 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 Ja, wie in Vietnam. Ich bin nur ein armenloser Taxifahrer. 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 Es sind natürlich noch einige Cops draußen. Wahrscheinlich noch jemand unten. Hörst du mal liegen? Deswegen? Das ist kein Fangskommand, wenn das da draußen rumsteht. Komm her, ich bin nur aufgeschaut. So, gucken wir mal. So, ich bin nur aufgeschaut. Fall back, fall back! Let's fucking do this! Get out of here! You're gonna have to kill me! Where are you? Where are you? Fall back and regroup! You're dead, man! Oh, Alter! Ich glaube, hier unten noch zwei und dann müsste es eigentlich schon fast weg sein alles. Jetzt sollte er auch tauchen. Bleib liegen, Kollege. Das ist nur Auto. Das ist nur ein Auto. Und ich fahr jetzt nicht da hinkriegen, weil es die Cops sind. Äh, da. Das ist super lang. Oh, ich weiss sowas. Wer das Ding einfach nicht bremsen will. So, jetzt müssen wir noch gucken, ist er hier. Ja, ja, ist klar. So, jetzt. Entschuldigung. So, halt da. Oh, ich bin der Haube mit dem Scheiß-Taxi. Ah, die sind hinter mir. Shit. Die Elektra spielt gerade extrem. Alter. Ich bin der Haube mit dem Scheiß-Taxi-Taxi-Taxi-Taxi-Taxi-Taxi-Taxi-Taxi. So, jetzt müssen wir hier gucken. Ja, ja, aber da. Ein Eisenbahn-Tunnel oder sowas wäre jetzt nicht schlecht. Da fahr ich jetzt natürlich nicht lang. Fahr jetzt einfach mal weiter, das war geradeaus. Dann würden wir hier aus dem Dutzkreis der Cops rauskommen. Das haben wir doch geschafft. Super. Endlich haben wir diese Mission mal geschafft. Wie, wir haben's. Oh, passt. Super. Gut. Wir haben auch eine neue Nachricht bekommen. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich jetzt mal ein neues Auto. Oh, wir gehen mal anrufen. Genau, mit L1 können wir nämlich jetzt auf die Dings gehen. Und wir haben einen neuen Kontakt mit Stubs. Und ja, wir können wirklich mal so langsam jetzt ein neues Auto holen. Wir haben ein S, da unten stehen wir. Ja, hab ich denn nicht markiert gerade? Doch, hab ich. Ich glaube, wir müssen einfach wieder auf feste Straße zurück. Boah, endlich hab ich diese Mission mal geschafft. War das doch letztendlich ein bisschen einfacher als gedacht. Ja, danke an einige Leute, die mir da ein bisschen geholfen haben. Ich hab die Folge ab. Äh, ich nehm mal. Ich hau mal ab. Ähm. So. Jetzt gucken wir mal rein auf eine Wohnung. Äh. Ich würd gern mal über das Menü. Telefonbuch. Äh. Wir hören mal da irgendwo. Wo ist denn der Kollege? Wir hören mal da irgendwo. Wo ist denn der Kollege? Haben wir einen Wohnmöglich? Äh. Äh. Haben wir noch irgendwo was? Steht hier nur was rum? Halt ich hätte gern dein Auto. Alter, ist klar. Fahr weiter, Alter. Gästiges Ding, ey. Wie? Was? Was? Bei meinem Glück steht genau daneben die Cops. Bei meinem Glück steht genau da die Cops. Eigentlich war das nicht die ab. F*** you. F*** you, F*** you, F*** you. Ich will die Scheiß Cops nicht ab. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Genau, wie sie sich hier. Äh. Du. Riesig zu was für nem Rocker gehört. Und wenn ich mich jetzt jetzt verhaftet, ist natürlich auch gut. Genau, da sind sie schon wieder weg. Und dann fahren wir mal zu Stubb. So viel kommt es gerade im Moment halt. Dann würde ich fast sogar schon die Folge beenden. Oh, ich bin doch gar nicht mehr. Ja, wer ist das? Du hast versucht, einen Schmack zu einem Kollegen von mir, Charly. Kost mit dem Steak. Wer ist das? Agent Jones, FIB. Wir wollen uns kommen in für ein Gespräch. Dinge sind leichter für dich, wenn du uns informierst auf deinem Motorcycle Club. Fuck you, Fed. Diese Gespräche ist vorbei. Wenn du keine Wahrnehmung über mich, schau dir ein Warrer. Also, ob wir freiwillig bei den Cops da hingehen und Informationen liefern. Für? Warum auch? Für? Kein Bock. So, wir fahren eben nur noch unterwegs. Wir konnten unterwegs aus Stubb und ich würde gerade die Folge beenden. Warte mal, ich kann mal gucken. Wir haben bestimmt ein bisschen Kohle bekommen. Jetzt gucken wir erstmal noch mal neue Ausrüstung. Und dann werde ich tatsächlich die Folge beenden und dann werden wir zu dem Kollegen in der nächsten Folge fahren. Taxi! Ja, ja, f*** dich, Alter. Ich bin kein Taxi. Oh, wir haben einen Anruf. Lillebeck, Lillebeck. Lillebeck. Es war gut, dich zu sehen, Johnny. Ja, das einzige Problem war dein Freund, der UC. Er hat fast meine Ecke ausgelöst. Wie ist dein freundlicher europäischer Freund? Okay, okay. Es scheint, vielleicht ist er der einzige Mann in der Stadt, der nicht für die Städte arbeitet. Er und der letzte MC. Ich und die Brüder sind hart. Ich hoffe so. Für deine Städte, Johnny, du weißt. Bis bald, Baby, ja? Super! Gut, dann kommen wir hier schon noch rein und dann wende ich die Folge. Halt's Maul. Geh weg, 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 weg. Ah, halt's Maul. Ich hab nicht genug Geld, warum ich keine Kohle bekommen hab oder was? Fickt euch! Wie gut? Oh, hab ich mein Auto vor allen Dingen geparkt? Da. Ah, davor. Okay. Gut. Tja, bis vor wir uns zum Kollegen Stubbs aufmachen und sehen wir uns endlich in die Folge. Dann sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play GTA 4 The Lost Day. Dammit! Bis dahin! Und Trophys, even for coming in last place.